So, grüß euch! Heute sind wir beim Forstservice Kühl unterwegs. Ich hoffe, es hört etwas. Es ist ein wenig laut. Wir machen hier eine Durchforstung. Die erste Durchforstung ist ca. 25 Jahre alt. Der Bestand und mit meiner neuen Maschine den Alstor 840 Pro. Ich habe mir den Alstor zugelegt, damit ich die nachhaltige Waldwirtschaft bei uns betreiben möchte. Vielleicht ein paar Informationen zu der Maschine. Es ist ein Vorwahrer. Ein Vorwahrer. Und aufgebaut habe ich einen Fehlgreifer, wie man sieht. Mit dem bin ich eben in der Lage, dass ich gleich umschneide, auflegen und gleich auflegen. Und ich kann es mit einem kleinen Einzug rausbringen aus dem Wald. Und das alles, jetzt schon bei einer Erstdurchforstung, kann ich ohne Solle menschliche Kraftaufwände machen. Ich kann es zusammenlegen und dann schnappe ich das. Dann geht es zum nächsten. Dann haben wir auch noch ein wenig was. Ja, der Alstor ist ein 8-Rad-Fahrwerk. Es sind alle 8-Radl angetrieben. Er ist sehr geländegängig. Dadurch mit den Bugiachsen. Da kommst du wirklich weit. Und mit einem Lagergewicht von 2450 Kilo. Machst du keinen schon. Und um das geht es mir. Und das ist normale Arbeit, was du normal alles mit der Hand machst. Das muss jetzt alles zum Weg mit der Hand wieder ziehen. Wenn du einen kleinen Kran mit hast. Und wenn du einen Schneid mit hast, dann ist das optimal. Ich habe eine Reichweite von 5,5 Meter. Das reicht für die Maschine. Das reicht vollkommen aus. Wenn du auch mal Bräden von 1,60 Meter gehst. Dann bin ich in der Lage da. Ich bin durchaus auch im Bestand drinnen rein gefahren. Ohne Rückgossen. Das ist ein wenig filigran. Ich bin schnell hier. Man darf natürlich die anderen Bahnen nicht beschädigen. Weil das ist eine Sinn und Sache. Darum gehört ein wenig Gefühl dazu. Der Vorteil von dem Fahrrader ist einfach, was ich gesehen habe, du bist viel wendiger und flexibler. Wenn jetzt was mit dem Gramm nicht ganz da gelang, dann kann ich auf der Stehe fahren, ich habe alles auf die Joysticks gekriegt. Wenn mir was nicht ganz passt, dann fahre ich halt noch einen Holometer. Und dann fahre ich auf der Stehe. Und dann fahre ich auf der Stehe. Das, was wir da jetzt von der Durchfallstung machen, das ist jetzt Hackmaterial, das werden alles Hackschnitzel und dann gibt es die kleinen Nadeln, die lassen wir aber im Boden herinnen, dass der Boden, der Waldboden auch was hat dabei. Ich habe da einen Vorteil dadurch in dem Bestand, dass der Harvester mal da gewesen ist und hat da schon rückgegossen reingeschnitten. das ist für mich ein großer Vorteil. Aber der Harvester hat gesagt, er kann es nicht machen. Und das große Problem ist eben da, wie man jetzt sieht, die kleinen Bahnen, die fallen alle nicht um. Aber das ist für mich kein Problem. Wir bringen uns zu bald. 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 Wir DON'T gleich mit uns zu bald. Wir ihn bekommen uns zu bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Natürlich ist es so, dadurch, dass er gerade 1,60 Meter gebrat ist, der Alzt, und durch sein doch geringes Eigengewicht, braucht man Stützen, damit ich mit dem Kran vernünftig arbeiten kann. Mein Greiffuhr hat auch schon fast 200 Kilo. Aber dafür habe ich halt andere Vorteile, und der Kran geht gutseitend sehr gut. Da bin ich recht begeistert. Ja, da ist jetzt ein wenig Ende. Wir kommen jetzt nicht ganz raus. Aber kein Problem. Wir fahren mal ein Stück ein, dann haben wir schon wieder Platz. Ich habe mich bewusst für die Maschine entschieden, weil ich tue durch. Mit einem Mann und einer Maschine habe ich einen Kranwagen, eine kleine Seilwilten und einen Fellgreifer zum Schneiden dabei, in einer Maschine. Und die sind auch relativ kompakten Maschinen. Da wollte ich sonst normalerweise mindestens zwei Leute brauchen. Und da kommt einfach DIRE, in eine Maschine. Und die sind. Und das ist auch gleich. Und das ist schon sehr, sehr wohl. Der Vorteil ist auch, durchs Abschneiden, ob sie gleich immer wieder und kann man es immer gleich zu überzeugen, auf einen Haufen. Man kann es somit gleich nochmal anschneiden. Verbaut ist ein Palmskran, 2,54 m, das ist der kleinste Kran mit Teleskop. Ich habe aber doch auch reingewalten, von 5,5 m am Kahn. Ihr seht, im Dämmbestand, umso kleiner der Kran, umso besser, umso flexibler und flink umso mehr kann man da, umso weniger Schaden macht man und ein leichtes Arbeiten haben wir. Und ich habe eben sowas gesucht, weil ich gesagt habe, große Maschinen gibt es genug. Und für was nehme ich große Maschinen her? Bei Endnutzung. Da haben sie eine Berechtigung. Da müssen sie mitmachen. Aber bei sowas, das wäre sonst eine Handarbeit. Und so haben wir hoffentlich eine Lösung gefunden, wie man das doch relativ wirtschaftlich und maschinell, ohne dass man jegliche Kraftanstrengungen braucht, machen kann. Man kann auch, wie ihr seht, unterm Vorn sogar mit dem Geraden arbeiten. Das ist auch ein großer Vorteil. Herzlichen Glückwunsch!